Hi meine lieben Gamer Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Nochmals ein großes Dankeschön für den Support gestern und war wirklich sehr sehr nice gestern mit euch die Diamant-Handung zu erspielen und ihr habt es glaube ich am Ende auch gemerkt, wo es dann an den letzten Skin, an diesen Lidl-Sex-Hand-Muster-Skin reinging dass ich wirklich sehr sprachlos bin, dass ich mit diesen Skin auch die Diamant-Handung freischalten konnte Also nochmal Dankeschön an euch, dass ihr da gestern mitgefiebert habt Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dieses Video heute anfangen soll weil ich habe heute etwas sehr sehr lustiges mit euch vor vor allem, wir machen das im Fall für alle und jetzt seht ihr gleich, warum das so bescheuert ist Nein, ich mache keinen Witz mit der Klasse Ich spiele heute wirklich ohne richtige Waffe Komplett ohne, keine Krab, keine beschissene Waffe, nein, komplett keine Waffe Ich spiele heute lediglich mit diesem bescheuerten Geldsack der aber, wie ich bis jetzt erspüren muss, dass es relativ OP ist Ich habe lediglich als richtige Waffe die Kampfwachs dabei den Tomahawk im Prinzip, wie er besser bekannt ist und 5 Extras habe ich mir da reingeklatscht einfach, damit es heute richtig bescheuert und auch ich einen kleinen Vorteil vielleicht habe weil bei diesem Ding kommt es halt wirklich drauf an, dass ich Movement habe und mich gut anschleiche Mal gucken, wie es wird Ich muss gar nicht viel sagen, wie auch Ich gehe direkt rein ins Spiel Euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Video Let's go! So Leute, wir sind jetzt zwar in der Runde schon reingesprungen aber das macht mir jetzt nichts aus Alter, ernsthaft Leute Was ist hier so bescheuert, was ich mache? Was? Nice! Erster Kill ist am Start! Die haben recht, kommen wir damit so bescheuert vor Oh, sogar einen Kill geholt, nice Alter, das Ding ist ja richtig OP What the fuck? 3 Kills am Stück, okay Ich glaube, warum nicht? Junge, das Ding ist ja heftig! Wie viele Kills waren das jetzt? 5 Stück! Vor allem, was jetzt mich persönlich hier auch so ein bisschen triggert und so, ich bin es ja gewohnt im Sprung oder im Sliden zu zielen Das ist hier ja gar nicht Das ist aufgespürt Das habt ihr aber, glaube ich, in meinen Extras gesehen Dass ich das drin habe Alter, das Ding ist richtig übel Oh, da oben ist einer Bist du doof? Ey, come on! Nummer 1 Nein, als ob der mich jetzt holt Was, ein Drecksack! Nein! Ja! Uhuhuhuhu! Oh, erste Taunung Aber ich feiere das gerade Ich feiere das so hart So kriege ich den? Ja, natürlich Ja gut, das Ding kann ich jetzt natürlich Ich könnte Schrott mit einer Sense Aber die will ich jetzt hier heute eigentlich gar nicht nutzen Aber das Der Vorteil ist da an der ganzen Schoße natürlich auch Man ist schnell, ist fuck Weil mit einer Nahkampfwaffe bist du natürlich schneller Ist der da oben? Ja Und tschüss Ey, ich muss aufpassen, dass das nicht meine neue Hauptwaffe wird Ernsthaft Juhu! Level 4 Nein Ja gut Ist auch egal Aber hey Top 3 Mitten im scheiß Geldsack Leute, was ist das hier? Nimm mal so by the way Weil ich ja gerade in diese letzten Runde reingesprungen bin Das sieht er Das sieht er auch komplett Aber das Ding ist groß Dann wundert es mich auch nicht, dass das so ein okayes Teil ist Älter Nein Nein Ach, come on Nein 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 Oh Gott, ich bin dumm Ich bin ja dumm als die Polizei erlaubt Ach du scheiße Und die nächste Tarnung Vor allem anderen Vor allem anderen Weil dieses Ding ist einfach okay Dega Ist das jetzt dein Ernst? Das ist richtig asozial, wenn man das macht Junge Junge, scheiß Hund Junge Junge, er ist sogar ein Prist Er wollte mich Ganz ehrlich Leute, ohne das aufgespürt wäre ich jetzt nicht so weit mit den Kids Und das ist das Jawohl Jawohl Yes Geil Achte auch, wie da eine oben drin Junge Junge, ich geh mir jetzt nicht auf den Sack Man Bäh Hab kein Boah, fuck Das Immerhin den Kinder hab ich bekommen Und tschüss Und tschüss Oh, hab ich den gerade auch auf den Arsch geschlagen? Wow Da hat man gerade richtig gesehen, dass man auch richtig hart veraimen kann Wow Da hab ich gerade richtig ausgeholt, alter Schwede, what the fuck Aber es macht Spaß, mit dem Ding rumzulaufen Das macht einfach Spaß Oh Mit dem Tomahawk Ja, leck mich am Arsch Alter Das haben wir mit beiden Waffen Ah, ne Ich wollte gerade sagen, mit allen Waffen, aber das haben wir gar nicht Vielleicht noch die Sensor Die packen wir jetzt einfach mal das Verfahren aus Der ist super und ich krieg natürlich keinen Kill Wo kam der jetzt her? Ob ich den krieg Oh, immerhin den Auch gut Nein, vorbei Pantatarnung Keine B потому Es ist eigentlich die komischen Camouflage um hell Hey Okay Ich bin IN Waffen sommer Ja, nee. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich gleich von hinten gerollt werde. Ja, klar. Unter der Seite. Junge! Hä, gut. 0,81. Das ist nicht so gut. Aber, hey! Ich bin besser, als ich erwartet habe. Insgesamt. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Perfekt mal nach... Ah! Das heißt, wenn ich die hier habe, sind die alle verfügbar. Okay. Nee, halt. Quatsch. Ich muss ja... Klar. Aber wir haben jetzt einfach schon krasse 62 Abschlüsse. Damit quasi 62 mal einen damit verhauen. Ja, Leute. Damit würde ich jetzt auch schon sagen, was ist von diesem Video? Vier Runden. Vier ganz coole Runden. Bis auf die dritte. Jetzt... Äh, nee, die vierte jetzt. Wie viele waren das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade kein Zeitgefühl mehr. Ja. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst mir dafür super gerne einen Like da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und vergesst natürlich nicht, falls ihr das noch nicht gemacht habt, meinen Kanal Cosmos abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst und auch keinen Livestream mehr verpasst. Wann dieses Video jetzt online kommt, weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe. Oder ob ich das dann für morgen mache. Also heute wäre dann der Dienstag und morgen wäre dann im Prinzip Mittwoch. Kommt drauf an, wie schnell ich es jetzt geschnitten bekomme. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Falls ich das Video morgen online stelle, heute Abend beim Livestream. Oder halt morgen beim Livestream. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Halt die Hörnsteif. Lasst krachen. Ciao.